herzlich willkommen zurück zu einem video wieder auf unserem kanal ein spieler die 150 150 ist falsch wir sind jetzt gerade bei der 151 wir haben es drauf texturen sind schnee profis jäger mega mega wir haben es nicht als leute ist es würde vom beruf her sind wir einfach so also jetzt gucken wir mal agent des chaos war immer rechts rechts um das ist der schwarze schleim genau das hier so dann fangen wir auf der jahr denke ich mir jedes mal wenn ich dich sehr vielen 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 dank vielen vielen dank ja das hat er auch also normalerweise benutzen das ja zum verhöhnen des gegners was aber lange und oft doch vor allem wenn ich gefinischt wurde das gemacht dann ja gerade wenn du was weiß ich also ich sag mal so die standard situation du hast jemand angegriffen und er hat in deinem angriff mich gefinischt ist daran gestorben da warst du dann mega angepinkelt angepisst weil er gesagt das verdammt noch mal warum kämpft denn ich gegen mich warum finde ich der dichter anstatt dass er guckt zu mir dreht er sich nach unten finde ich der gleich stück auch meistens in der vergangenheit so also auf jeden fall mega geile die mode den kannst du noch mal gebrauchen slow clap aber 4,36 von 5 bei 15 dezember 2017 das was machen wir sind so lange schon der höchste das lieben und dann gibt es schon seit diesen 1 aber 155 schön meines und das lebte und das letzte mal im shop vor zum verdammt haben dann reitem erzeugen elektro schaffe fachender wie wachs ist auf jeden fall mega cool wenn man den nicht so rumzappeln lässt wie sie das gerade machen er sofort irgendwie reagiert die kamera nicht auf uns jetzt bin ich der tige ja was ist da los gleich mal aus hier gleich mal spielmodus so ja noch gar nicht so glaubt glauben es ist 4 27 von 5 bei 74 war die vierzehnte december 2017 auch so ein alter ja natürlich ein kleck und erkennst du die mussten nicht dass der elektronisch wusste ich dass der alt ist also ja so dass 47 mal nein doch der dezember 2017 399 für meine das letzte mal im shop vor ein paar tagen und zwar 26 so dann geht es weiter mit dem ja hat unserer lobby musik bin eine katze eine kitty 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 arme cat mega geil das was ihr immer hört aber so so schlecht das ist geil das ist geil das ding ist echt kultig also hammer wenn ich was an fort vermissen würde dann wäre es einmal kitty 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 das ding ist das hat sich schon bei mir so richten die amerikanischen dadurch dass wir es in jedem video drin haben so vier von fünf bei die ist gut und die ist überhaupt geil die originale musik und ist der remix und ist die originale musik da waren die vorderseite am besten wie so ist nostalgisch jetzt hier was ist so richtig das wäre aber da waren die da waren die sachen am besten die ganzen sachen und da waren das gegen ein bisschen bildet ja so finden eine kürze so außer vier von fünf haben wir schon gehabt bei neuen 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 augen schafft am 21 2020 erst mal drin gewesen ich hätte mal das wie viele mal macht er sofort jetzt momentan in der quarantänezeit jeden tag ja den mathe tanz vor allem wenn die lehrer mit den aufgaben kommen dann macht ihr mit sicherheit auch bei euch zu hause dann macht ihr auch mal den mathe tanz denke ich mal nicht so von 500 wie was ja 35 ihr könnt ihr mal die kommentare schreiben wie es bei euch geregelt ist wie lernt ihr momentan für die schule nicht dreck um 1 von 5 22 februar 2020 22 februar 22 22 2020 sagen ja vier hundert 34 minders taxi fahren ja cabbie müsste das sein nach links hat er kennt sich das geld im jahr gibt ja ja so 3,5 von 5 am 3 oktober 2009 10 ist erst mal 36 mal diesen 457 schweb bei das ist jetzt mal schon vor das ding eigentlich heißt ich aus klexis genaues klexis heißt das im englischen 365 266 36 tagen am 19 wird man kommt die frische wurstern und den peter zu befrischend haben wir tatsächlich auf instagram habe ich da irgendwas auf diesem bild 156 das ist auch geil ja das war ja das ist ja ja dass da ich den namen stark grünen lassen genau 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 ja das war noch die zeit wo wort die ganze instagram ich habe es nicht gemacht weil ich dann irgendwann nichts mehr posten konnte ja ja ich weiß jetzt können wir wieder posten ich habe mich einfach nur noch genau jetzt kann ich konnte wieder leiten ich habe dann ich habe dann was weiß ich von anderen leuten habe ich sachen geliked und wirklich gleich was ich echt gut fand ja dann war ich gesperrt ich denke ich wollte mich verarschen und ich bin gesperrt was man auch jetzt momentan geht es das ist wieder das war schon cool in der zeit wo man einfach gesehen man hat was abgelockt aber man hat das gaben und man leistungsaufgaben 120 130 140 150 leicht oder immer 700 800 aufruf auf jeden bild und wie abonnenten zahlen ging ja bei uns immer hundert schritten eigentlich nach vorne ging relativ werden ja sagen wir mal so ich habe ich habe 1500 abonnenten nach innerhalb von einem monat glaube ich es ging schnell aber jede woche waren dann noch mal vier noch mal vier noch mal hier sind auch relativ genau so also sagen wir anfangen also ich habe da nicht mal aber ich habe dann kein bock mal da weil es ist es war dann jeden tag ich habe nur eine leute die das video sehen nach diesem video gibt es auf instagram von beiden auf unsere beiden instagram accounts ein neun post das war nicht weil ich will dann ist gut auf meinem instagram account gibt es nach diesem video einen post von diesem einen shop alle mal leiten aber nicht aber weil er gleich will ja ich muss auch noch arbeiten so also so brett was ist 2,7 9 2,7 9 von 5 bei 3 3 am 9 november 2019 das erste mal drin gewesen sind mal 161 man das ist jetzt mal ein shop so dann haben wir das war das jetzt so diese fliegen untertaste mit diesen jahr aber dann auch das fliegen untertaste für zwölf aber immer mal das ein was denn 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 was los was los was los also von flying saucer 3,35 von 5 bei ein reichwort am 10 august 2018 das ist das mal so und dann sind wir alle 15 mal 18 für sein das ist noch schon drei tagen am 20 2020 dann haben wir den wie schreckliches gegen was mir dazu los die zappel davon zappelzunge noch mal weg hatte der hat eine zappelzunge zappelzunge ja ein jahr kommt ja kommt schon so konnte wir schon in der gleiche zappelzunge hat ein zappelzunge hat vier gründen sieben von fünf bei am 10 august 2018 581 klatschen mit dem kriegst du gleich eins über den bretling gezogen so 3 gemacht 1 von 5 27 am 10 august 2018 drin gewesen 98 wie meine das letzte mal im shop vor ein paar tagen und zwar 35 so weiter geht es beim nächsten sind wir eigentlich mit 90 oder neues set und so beim agent des chaos da müssten wir auch ein gameplay dazu haben glaube ich ja denke ich mir auf jeden fall agent des chaos wie wachs mit den zwei verschiedenen styles ja kommt man sie mal an diese black nein das ist blecken oder halten also jetzt hören sie doch mal sofort hören sie doch mal egal und dann auch noch das hier also geht man mit sowas jetzt in zukunft raus bei maskenpflicht ja wohl genau schön so ein ding da aufziehen mal gucken was sie dazu sagen so direkt in der bank rein maschinen das haben wir 1000 213 genau genau das war im shop vor tonrad sagen die chaos also die chaos die käros die ist ja mega geil aber auch das ist total also vorteil noch mal 4,5 25 25 wo uns also vor ort der lassen sie uns jetzt das video haben das video fertig nein schaffen sie nicht so sie wissen ja nicht mal wo wir gerade sind doch wissen ich weiß wo wir sind das video haben wir noch ein item das ist der schwarze schleim können sie mal ganz kurz mal durchklicken da klingt haben sie wieder um das sind das ja schon sieg auf jeden fall mega also haben wir 4,85 bei 2 905 ich dachte mal okay das war es im heutigen shop 3.088 hat es 3.088 hat es 1336 1742 wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare haben wir uns auf kanal gerne kostenlos und schaltet nächstes mal wieder an welchen wir das war dann bin ich aufgesucht und bis dahin und tschüss